gedebe ej nix ja wo könntest du denn hin du bist ja genau in der mitte von der zone ne wir können jetzt versuchen nach da unten zu kommen da sind auch noch häuser oh rechts von dir Nein. Nein, nein, nein. Nein Jungs, nein Renn um dein Leben! Nein Jungs! Nein, nein. Oh God. Geh in haus. Nimm name andere Waffe dann renns erstmal. Geh in's zu schwer. Versteck dich! Links oder ne. Da hast du eine Kiste mit Göln. Oh Gott. Da hast du eine Kiste. Erstmal Göln mit dem. Weiter geht's. Die haken! Die haken! Ich kann immer Taktik Splitten machen. Ja, das geht nur eine Zeit lang. Ja. Scheiße! Oh Gott, ich hab irgendwo Schritte gehört. Oh mein Gott. Lass mich erst ein paar Zeröger ziehen. Ja. Ich hab's überlebt. Ah. Passt auf die Treppe auf, dass die nicht hochkommen. Ja. Äh. Da wär ein Shop. Ah, der ist ja komplett tief voll shitiert. Da wollte ich gar nicht hin. Ah, da muss ich fast hin. Ja. 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 Auf welchem Tauch? Kein welches. Was? Ja. Links und rechts und links und... Oh. 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 Wär so geil, wenn da in dem Haus auch noch einer wär. Ich will nur Lukas kaufen! Wahrscheinlich stehst du einen Meter vorm Shop. Nein! Ich muss so lang. Ja! Ich hab's nicht! Ja! Dankeschön! Das muss ich dirppen! Ja!